Angefangen aus Liebe zum Spiel. Auf der Asche im Dorf. Er ist zu den Besten im Kreis und dann in ganz Westfalen geschafft. Immer dabei, die Liebe zum Spiel. Über Dortmund und Bochum zu Schalke. Deutscher A-Jugendmeister. Training, Testspiele und Trainingslager mit den ganz Großen. Boateng, Draxler, Goretzka. Und dann? Ein Fehltritt und Verletzungen haben mir die Liebe zum Spiel genommen. Die, die mich bis dahin gebracht hat. Ich habe gedacht, ich wäre schon jemand. Neuanfang in meiner Heimat. Fünfthöchste Liga. Aufstieg in die Regionalliga. Bester Vorlagengeber der Liga. Und alles, weil ich die Liebe zum Fußball wie nie zuvor gespürt habe. Im Sommer 2019. Ein großer Traum mit war. Der erste Profi-Vertrag. Das erste Spiel im deutschen Profi-Fußball. Der zweite Achte 2019. Ich habe gelernt, diesen Sport zu schätzen, mit Liebe zu trainieren und zu spielen. Ich habe gelernt, mich selber aufzuladen. Das ist meine Geschichte. Meine Message. Learn to recharge yourself. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020